Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal der CaptainShift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich zu Stardew Valley. Nein Quatsch, wir spielen da gar nichts, das mache ich nicht. Aber es hat schon was mit Sternen zu tun. Wir spielen nämlich Scribblenauts Unlimited, immer noch. Und zwar versuchen wir auf 100% zu spielen, beziehungsweise alle Sterne zu bekommen. Was, glaube ich, schwierig wird. Aber keine Angst, ich habe mir dafür ausnahmsweise mal Hilfe genommen, beziehungsweise eine Seite im Internet zum Google gegoogelt. Und werde versuchen, damit alle Splitter zu bekommen. Also lese ich nebenbei immer mal auf diese Seite und versuche das dann zu erschaffen, was sie von mir verlangen. Also, dann suchen wir uns erstmal einen schönen Ort, wo wir am besten das machen können. Ich würde sagen, wir gehen dazu auf unsere Farm. Juhu, Edwins Bauernhof. Willkommen zurück zu Edwins Bauernhof. Hallo Edwin. So, dann fangen wir mal an. Also, das erste Objekt ist aus der Kategorie lebendig und heißt Mu. Mu, du erschaffe, eine Kuh erstellen und sie dann tätscheln. Alles klar. Machen wir mal eine Kuh. Hallo Kuh. So, da ist eine Kuh und die tätscheln wir jetzt mal. Die hat mir jetzt mal Milch gegeben. Hm. Was ist das? Buttermilch. Hm, Buttermilch. Hm, der kann Buttermilch. Okay, das hat anscheinend nicht funktioniert. Weg mit dir. Elende Kuh. Uh, ich habe mir die Flügel weggeschmissen. Alles klar, nächster Punkt. Uraltes Rätsel. Erstelle eine Tageszeitung. Nein. Okay, das hat nicht so funktioniert. Tages... Zeitung. Uraltes Rätsel. Juhu, da ist der Nächste. So. Das scheint wirklich keine... Das scheint wirklich die Spür zu sein. Weg. Okay, nächstes. Dann haben wir schon das Nächste. Bist du meine Mama? Ein... Ein Heizer erstellen und ein... Und ein Ei dann daneben schlüpfen lassen. Was? Ein Heizer? Was ist denn ein Heizer? Okay, hier haben wir einen Heizer. Und ein Ei. Eis? Nee. Ein Hühnerei? Huhn. Hühnerei. Warum kriegst du denn kein Ei? Vielleicht einfach eine Eier. Okay, muss es mehr... Die muss ich mir jetzt eingeben. Okay, jetzt anmachen. Juhu, bist du meine Mama? Da ist es ein Huhn. Eingelb. Aufsammeln. Gib mir das Eingelb. Eingelb lecker. Tetscheln. Ja, das wird ja toll. Weck den mir hier. Okay. Ich nenne ihn Harry. Harry das Küken. Okay, nächstes. Keine Birne. Einen kopflosen Reiter erstellen und ihm einen Kopf geben. Kopfloser Reiter. Aha! Und ein Kopf. Hier. Ah! Pumpkin! Okay, der war brutal. Den müssen wir mal wegmachen. So. Ach, du kannst fliegen. Ach, toll. Oh Gott. Jetzt klingt jemand mir das Telefon. Ein Augenblick, bitte. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Entschuldigung. Micha, was ist los? Hallo? Micha? Micha? Hallo? Micha? Hallo? Micha? 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 Hallo? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich stelle einen der mitwirkenden, okay, zum Beispiel Marius Pfahlbusch. Ich wollte nicht, dass das geht, ey. Das wusste ich gar nicht. So, hier ist Marius Pfahlbusch. Hallo Marius. Das ist so herrlich. Du bist also Marius Pfahlbusch, ja. Toll. Du siehst gut aus. Guter Mann. Guter Mann, hallo. Schön, wie geht's dir? Hallo. Guten Tag. Hier. Komm. Zack. Geh auf die Nieder. Dann. Weiter. Konfliktlösung. Ein Pirat neben einen Ninja stellen. Ein Pirat. Und ein Ninja. Äh. Du bist doch ein Ninja, oder nicht? Hallo? Das weiß ich jetzt nicht, ob das... Was? Ein Piraten neben einen Ninja stellen. Das ist irgendwie gescheuert. Okay, das hat nicht funktioniert. Kann sein, dass ich den Erfolg schon habe. Aber ich kann es nicht sagen. Kann ich das irgendwo sehen? Ob ich das schon habe, oder nicht? Ist ja wurscht. Also, wenn dann, funktioniert es vielleicht deswegen nicht. Was haben wir noch? Zwergenliebe. Zwergenliebe, ein Gartenzwerg, das Adjektiv Leben geben. Leben. Okay, kein Problem. Nahten. Nahten. Zwerg. Und du kriegst jetzt das Adjektiv. Lebend. Ah, ein lebender Gartenzwerg. Zwergenlieben. Legst du dich mit dem Ninja an, wenn man sich daneben stellt? Okay, dann nicht. Skeletter. Skeletterweckung. Ein Skelett, das Adjektiv Leben geben. Okay. Akkulett. Amulett. Okay. Wir machen jetzt hier einen auf Frankenstein. Nebende. Juhu. Das hat auch nicht funktioniert. Okay. Dann haben wir sowas vielleicht schon irgendwann mal, hier, ähm, aussehen geschafft. Es ist gut möglich, dass wir es schon geschafft haben. Ich will eine echte Ente sein. Verwende das Adjektiv lebend auf eine Log-Ente. Eine Log-Ente. Hallo. Ach, nee, ey. Nebende. Eine Ente. Hier wird ein echter Ente sein. Das ist so bescheuert. Vor allem, wie soll man darauf kommen? Pinocchio. Eine Marionette ist Adjektiv Leben geben. Okay. Marionette. Spielfigur oder... Puppe. Puppe, wa? Ne, scheiße. Ich glaub, äh, Spielfigur. Ach, Gott. Was ist los? Weg. Ja, Pinocchio. Ich will ein echter Junge sein. Alles klar, wir machen hier alles voll. So, Marionette. Kein Schaden, kein... Was? Kein Federvieh. Mit einer Entenden-Lok-Pfeife eine Ente rufen. Eine Ent-Lok-Pfeife. Kein Schaden, kein Federvieh. Alles klar. Na, guck mal, die folgen mir. Die halten mich für eine Ente. Ach, das ist so doof. Okay, weg damit. Nix ist... Pinocchio, kein Schaden kann mir... Dingewing. Einen flügellosen Vogel erstellen und mit einer Glocke klingeln. Okay. Wie schreibt man das? Flügellose... Vogel. Und eine Glocke. Dingding. Dingewing. Wie verstehe ich dich? Ich verstehe diese Anspielung nicht. Und jetzt hat er Flüge oder was? Das macht doch keinen Sinn. Ich fliege. Ich fliege. Okay. Wachs und Feder. Stelle eine Sonne neben Igarus. 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 Ich fliege. Juhu. Max und Feder. Ich mach' ich mal weg. Alles klar. Kann ich eigentlich irgendwie... Ja, man gibt's ja übrigens. Ach. Okay. Das geht viel einfacher, wenn ich Enter drücke. Alles klar. Was haben wir noch? Kikeriki platziere eine... Eine... Was? Ein... Ein Gockel in einem Hühnerstall. So. Hier haben wir einen Hühnerstall. Und ein Gockel. Ich schreib' mal in das Ding. Gockel. Mit G. Was ist denn? Kikeriki. Noch ein Vogel. Juhu. Määäääääää. Und noch einer. Und noch einer. Oh Gott. Die sind überall. Was haben wir noch? Lügen, Peter. Brand... Was? Brandgezeter. Stelle einen... einen lügenden Mann neben eine lügende Frau. Okay. Ein lügender Mann.